Jetzt scharf rechts abbiegen. Ja, der hat mich doch in ihre Hülle gefühlt. In 900 Metern rechts abbiegen. Das ist extra ein Wendepunkt für die ganzen Leute, die eine Bäcker-Navigation haben. Hier ein bisschen graben vielleicht. Jetzt soll er das richtig machen. In 300 Metern links abbiegen. Auf Schachtlau. Hier ganz schnell. Ach, Schimmelbach ist das. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. So, jetzt rechts abbiegen. Okay, bis zur Ecke kommt der überhaupt nicht. Ich hab mit wahr, nicht jetzt wahr. Ich hab's vergessen. Nicht, nicht drin. Ja, da bist du mal, wenn du willst. Jetzt kann ich noch da längs. Da darf ich nicht rein. Jetzt scharf rechts abbiegen Jetzt kann ich noch rechts abbiegen. Mit 900 Meter rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Fahr rechts abbiegen. Fahr rechts abbiegen. Fahr rechts abbiegen. 3,8 Kilometer der Strasse folgen. Neu, ich weiß nicht. Freihung. Freihung. Kaufe. Kaffee. 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 Das wäre natürlich kein gewesen. Aber die machen wir nicht. Das wäre irgendwie schwer. Das ist jetzt nicht mehr wahr, als wir wissen. Kaffee. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt links abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 3,7 km der Straße vorbinden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier wirklich aufgefahren Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020